recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft zusammenspiel together mit knolle hallo auf dem damakasch server genau kathedrale bauen genau wir sind dabei die kathedrale zu vollenden wir sollen noch ein paar steine ein die können auch brand werden oder müsste mal vielleicht noch ein paar steine mehr haben hast du mich gerade schon wieder gehauen mir auf den kopf oder was ja hier ist ja auch schon ganz schön tief immer so rein geht was wir ja ausgebuddelt haben ist ja echt krass wir können ein paar fackeln nennen aber ich habe gar kein material dafür ich gehe mal noch mal ins lager ob ich da ein bisschen was an holz finde und was zu essen das wäre eine coole idee dann und nur vielleicht sag schon das dach vorantreiben da muss noch wieder einer hin da ist jetzt ein loch daneben auch dann da können wir mal was abbauen falsches gerät in der hand steine abbauen ohne ende aber ich weiß gar nicht wie viel wir am ende noch brauchen reisenbahn fahren okay gibt es da neue sachen irgendwie sieht nicht so aus bis jetzt doch ein paar uhren hängen da ja okay die zeit hat jemand da geschlagen 64 21 sicher sind ja schon ein paar steine ich weiß gar nicht glaube so viele brauchen wir nicht unbedingt ne den nehme ich auch noch mit und dann gucken wir mal alles aufs sammeln hier da unten ja da unten ist auch was reingefallen so dann gehen wir mal raus hier ist eisen das brauche ich aber noch ab naja viermal auch nur aber haben oder nicht haben genau ein werkpark hier ist wohl falsch da geht es wohl raus da ist es grün draußen ist dunkel so aber da ist gar kein ding brennbares drin ist da was auch nicht ist nur noch in einem Ofen blut drin dann stecken wir das da erstmal rein und nimm das raus und den eimer habe ich jetzt auch nicht gesehen hast du den mit den lave eimer ja oder habe ich den verloren unten im ding ich hab die glaube ich mit du kannst einfach einen neuen machen mit drei eisen und äh ja da habe ich das eisen verloren ne gibt es hier noch eisen drüber ne ich hab noch was im inventar aber ich bin grad nicht da ja deswegen aber vielleicht krieg ich das grad hin mit dem eisen ich wüsste jetzt auch nicht so wo man dunkle eiche kriegt du bist mal irgendwann los gewesen meine ich aber ich bin mir nicht mehr sicher ich hab noch nichts gefunden du hast nichts gefunden mach mal ein schild hin wo findet man das eisen äh das eisen das dunkle holz oak oder was war das eichenholz ne mhm dunkle eiche na komm wir mal den vierten auch noch so da haben wir den auch noch ach so dann wieder die steine da rein und dann brauche ich einen eisenpott oder muss ich den bauen an der werkbank oder wo ne ja ein faul ein faul ne hab ich mir auch so gedacht so da hab ich meinen topf wieder gut dann hole ich mir jetzt lava warte ich hab da noch steine die kann ich erstmal hier lassen und ich hab nicht das gefühl dass ich hier was finden werden rechts klickt ne dann krieg ich lava oder naja geht noch nicht an allen stellen hier mittlerweile schon wir haben wohl schon ziemlich viel da raus geholt gut halt stopp vorbeigelaufen äh das war jetzt doof ne ich hab die lava hier hingemacht hab Glück gehabt dass ich mich nicht verletzt hab selbstverstimmung fast so gut das ging auch da hoch so mhm 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 schade also hab ich kein brennbares material da doch da könnte ich das ne geht auch nicht schade dann müssen wir hier mal grad teilen und das da rein machen dann kriege ich mich dann einmal wieder so jetzt müssen wir gerade die steine hier nochmal machen so aber das sind nur 24 da ist ja nicht viel ne 24 steine ah da sind noch 15 ich bin gleich wieder da mit ein bisschen holz hast du was gefunden bei also eigentlich habe ich gar nichts gefunden außer drei treppenstufen aber ich habe noch 44 im inventar ok wir brauchen nur treppen erstmal oder? ja so ach so so shift-taste ich habe das gefühl man verliert hier ganz schön schnell um na jetzt habe ich ah ich glaube jetzt habe ich etwas falsch gemacht oder? ja ich habe jetzt treppenstufen gemacht aus stein aber wir wollen treppenstufen aus holz haben ne? sowas doofes ja ok das war jetzt nicht so eine tolle idee aber jetzt haben wir 28 steilstufen mehr ja vielleicht kann man da irgendwie so ein Gimmick setzen und dann war es bestimmt dass das schick aussieht oder so hinter der Kirche geht es hoch oder an der Seite von der Kirche ne? von der Kathedrale mhm so als bin ich schon mal oben ne? mal ne Frage ja die Treppen wolltest du die vielleicht nicht dahin bauen wo sie eigentlich hingehören? wo meinst du? ja so direkt auf dem Block halt auf welchem Block? ja da wo es auch hoch geht wo meinst du das? weil wir uns einfach ein schräges Dach bauen können hier hier oben ja hier das weil das ein Überhänger ist meinst du oder was? ja weil ich dachte dass wir dann vielleicht hier ja das dann hm ich verstehe jetzt nicht wo ich jetzt drauf stehe willst du die erste Stufe machen und kein Überhang oder was? genau aber eh das sieht doof aus das nachher so ist glaube das sieht da muss das drüber damit das ordentlich aussieht geh mal von aus ich weiß dass das doof ist aber ne warte das war falsch ich bin am überlegen aber mir fällt auch nichts anderes ein dass man da was anders machen könnte sozusagen weil du musst so ein Überhang haben verstehst du? hm jetzt bin ich grad schon wieder runter gefahren da unten? wow so und jetzt fällst fällst dann wo dran? pfff ich bin irgendwie grad nicht fürs microsoft spielen gemacht ok so oh das ging nicht hm 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 die wenn man springt kann man die treppenstufe setzen oder ist das ja ein stuhl das hier im 29 stufen jetzt noch okay wenn ich im überlegen bin ob die obere stufe die bauklub gar nicht sein die karte nehmen oder steht jetzt wieder runtergefallen oben ja weiß ich nicht müssen wir mal gucken wo es knolle da ist knolle aha was denn jedoch geht aber wieso kriegst du das dahin gebaut noch ich weiß warum das nicht geht warum nicht so das glaube ich dass ich weiß weil da kein block drunter liegt muss dann unterbau hin ja ja okay dann mache ich jetzt erde hin oder was so genau weil ich muss erst mal hoch vielleicht schaffst du gut wenn du schleichen gedrückt hältst dann fällst du nicht runter wenn du schleichen gedrückt hältst dann fällst du nicht runter dann okay etwas einfacher regeln so jetzt fehlt mir natürlich erde nicht so schlimm ich habe mich auch nur noch drei stufen okay und das heißt aber auch glaube ich wieder teufel ist ne ein einziges teilfeld hier hinten sozusagen aber da kann ja auch holz hin bauen oder was dann haben wir das da und können stufen später dran erbauen genau jetzt haben wir die reihe fast fertig oder was die ist ja okay da hinten ist jetzt schon der eine weg okay wir müssen mal gucken ob wir den ums eck überhaupt brauchen wie wir das machen weiß ich auch noch nicht ja aber in der nächsten folge gehen wir runter müssen ja sowieso nachher dann ja jetzt habe ich hier die längeren weg wahrscheinlich genommen auf der anderen seite wäre es kürzer gewesen jetzt würde ich noch gerne einmal sehen wie das mit der kante da aussieht einmal einmal schnell rum ne kann man wenig erkennen kann man nicht erkennen oder was ne das muss man ohne irgendwelche die erde müsste da drunter weg dann ne ohne genau genau das macht jetzt nicht so den eindruck als ob das toll ist gut dann würde ich sagen was ist mit dieser folge und wir würden uns freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss